Ladies and Gentlemen, wir haben einen Neuzugang. H. Fortico Security ist spezialisiert auf Geldtransporte in ganz L.A. Hast du auch nur die geringste Ahnung, wie gefährlich dieser Job sein kann? Ein bisschen, ja. Wir sind nicht die Raubtiere, wir sind die Beute. Bist du bereit? Bereit. Das ist vorerst deine Waffe. Was, wenn wir damit auf Maschinengewehre antworten müssen? Hast du ein Problem? Ich weiß nicht. Habe ich eins? Er sollte zehn Riesen abholen und längst zurück sein. Die meinen das ernst. Überlass das mir. Wirf beim nächsten Mal auf die Ladefläche. Entschuldige, Kumpel. Wer ist dieser beschissene Wahnsinnige? I don't know. Irgendwas ist doch komisch. Es ist fast so, als will er, dass wir überfallen werden. Er ist kein Polizist. Aber wenn er kein Polizist ist, was dann? Vor einer Weile haben wir zwei unserer Leute verloren und einen Zivilisten. Es gab eine Untersuchung. Der dreckige Abschaum wurde aber noch nicht gefunden. Danny! Sie hatten einen Unfall. Was ist mit meinem Sohn? Er hat's nicht geschafft. Ich will wissen, wer mein Sohn getötet hat. Wir haben jeden Stein umgedreht. Und das nicht gerade sanft. Wir haben viel Dreck gemacht. Ihr habt mir gesagt, ihr würdet alles tun. Aber was ich höre ist, ihr denkt, ihr hättet alles getan. Ich glaube, dass das eine lange Nacht wird. Es muss einen Insider geben. Ich kann in zwei Wochen erledigen, wofür Sie 20 Jahre brauchen. Und ich mache es ordentlich.